So, weiter geht's. Aladin und Abu können sich retten und bringen Jaffar die Lampe. Jaffar übertäubelt die beiden und sperrt sie in eine Höhle ein. Zum Glück kann der gewitzte Abu noch schnell die Lampe stehlen. Und die Schriftzeichen auf der Lampe entziffern. Reppt Aladin den Schmutz mit seinem Ärmel. Ein Genie entsteigt der Lampe und er sieht Aladin seine Gebiete. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladin das Innere der Lampe zeigen. Okay. Ach, nein. Okay. Warum auch nicht? Da gibt's noch Brot. Also wenn man diese verliegenden Dinge an den Töpfen gesehen soll. Oho, da sind wir. Aha. Warum auch nochmal sicher hier? Oho. 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 Na, er hat sie nicht gehoooicht. Na gut. Sagen wir nicht den Ofer gehen. Kann man mal schauen. Ja, man kann sich so schön festhalten. Na gut, wenn er nicht möchte, dann. Na, dann schauen wir mal. Du, du, du. Jawohl, der Thomas. Okay, wir haben geschafft. Gott sei Dank. Ja, hier seht ihr. Wah. Yo. Ich wollte nach oben springen. Über mir ist genau ein roter Rubin. Da habe ich mich gerade ein bisschen... Oho. Da ging die Kingel-Lade ganz weit unten. Oho. Oh, ich bin da gierig. Mann, ey, noch zwei. Oho. 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 Ob das geliehen? Ich glaube das war. Sonst kommt hier wieder zu belötchen. Oho. Oho. Oh Gott. Oh Gott. Mann, das muss man gern sein sollen. Ey. Oho. 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 Jetzt machen wir den Fall langsamobs. Jetzt machen wir den Fall langsam. Okay. Oh je, diese blöden Karten. Nee, ich... Ich drückte nach oben und springen. Okay. Oh mein Gott. Liebe Leute. Werde ich... ...pops gehen. Oh, Maudini immer sein Gesicht verziehen, wenn ich auf ihn stehe. Düm, düm, düm. Okay. Okay. Wolke, Wolke, okay. Noch eine Wolke? Ich sehe, das ist ein bisschen random, was hier passiert. Wow, dankeschön. Oh Gott. Das war's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte, mach das immer. Ich bin jetzt mal von Nummer sicher hier. Finde ich mal sicherer. Ich bin jetzt mal weg. Ich bin jetzt mal in einem Fluss still. Hier wieder auch. Oh, okay. Oh, das war knapp. Ich kann nicht so komisch springen. Ah, was sind das hier Tornados hier? Ich kann nicht so komisch springen. Aua. Ich bin jetzt mal unterlassen. Oh, ich bin jetzt mal zwei Meter am besten. Der rückt mir die Daumen, Leute. Oh, ich bin jetzt mal ein bisschen. Spannend. Na, oder was? Ja, bleib stehen, bleib stehen. Ah, was ist das? Ein Genie-Gesicht. Oh, ein Herz. Okay. Nicht schlecht, aber ich brauche ein Leben. Oh. 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 Jetzt ist er mal, weil er muss sicher gehen. Was soll da eigentlich passen, jawoll So, nehmen wir mal hier so die Hand mit Aber den rechten, den links, den du siehst mal, der ist jetzt nicht in meiner Reihe Okay, was soll das hier finden? Da war keiner, ich muss eingehen Schön langsam Was passiert jetzt? Okay Okay Okay, wir müssen jetzt hier hoch Oh, ohne Tuch keine Chance, was zu kriegen Oh Gott sei Dank, wir haben Level 4 abgeschlossen, Leute Gut, das war hier Genies Flasche Oh, alles voll, okay Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, tschööö Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder